Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir mal Amorat Patrol und das ist halt eigentlich so wie Rise of Nation, nur ein bisschen anders. Man muss halt selbst fahren und so. Ich bin Martin Blau und ja ich habe leider keine Maus gerade, weil die muss erst mal wieder Akku also bekommen und ja. Ich mache jetzt mal wieder so meinen Trick da, da was eigentlich kein schwerer Trick ist, aber ich glaube das mache ich nicht im Video und ja. Lass mal mit dem Helikopter fliegen. Nur das blöde halt ist, ich kann nicht so einfach. Ah doch. Okay. Ah. Warum bin ich überhaupt so ein Mädchen-Skin? Äh. Ups. Hallo, ich will meine Kamera drehen. Geht meine Maus wieder? Warte mal. Äh. Ich kann ja nicht mehr fliehen. Heb doch ab! Also wirklich, die Helikopter sind auch kompletter Müll. So. Wir müssen so rein. Ah. Mann. Es ist halt so schwer. Ja. Yay. Wir können abheben. Nur wir können nicht lenken. Hä? Nicht dein Ernst? Wir können nicht lenken. Was? Hallo. Ich will doch lenken. Warum? Ah. Jetzt kann das lenken. Hä? Äh. Es kann doch nicht lenken. Hallo, lass mich doch lenken. Okay, wir fliegen ein bisschen komisch, aber ja. Ah! Was ist das überhaupt für ein Fliegen, was ich da fliege? Ah! Also wirklich, diese Fahrzeuge können ja auch nichts. Dann fliegen wir mal wieder so zurück, ey. Oh wow, ich werde sogar abgeknallt, aber ich kann ja gar nichts machen. Was? Der bleibt hier oben? Okay, wir müssen hier irgendwie raus. Ah! Mann, ich komme hier nirgends raus. Okay, was soll's? Hey, warum geht das nicht? Also wirklich. Das ist ja auch der größte Müll. Ich hoffe, wir können mit dem besser fliegen. Ja, der geht ja viel besser. Okay, das war's auch schon mal. Okay. 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 Hey, man kann ja auch nichts damit machen. Nein, ganz ehrlich. Das ist ja wohl ein Witz. Einmal will ich was aufnehmen. Dann geht die Maus nicht, oder wie? Bei dem müssen wir eigentlich nichts drücken. Also wäre es eigentlich besser, wenn wir den Simulator da spielen. Dann habe ich schon mal weiter ausprobiert. Also nicht ausprobiert, aber es ist schon sehr weit gekommen. Und wir fahren jetzt mit dem Ding da. Wow! Ähm, was? Da ist eine Rampe jetzt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah! Wow! Oh mein Gott, was passiert hier? Ach, was ist das hier? Ok, 63 Milliarden 1,000. Keine Ahnung, was das für ne Zahl ist, aber… was macht dieses teil hilfe da gibt es eine rampe jetzt das hat es vorher noch nicht gegeben ich bin abgefallen aber trotzdem ok 70 dann starten wir jetzt kann ich auch wenigstens den pfeiltasten herum lenken oh mein gott ich will auf die rampe der ist wohl auf die rampe geknallt ich weiche aber zum glück jeden stein aus aber ich mache auch wieder 70.000 mal 360 ok da ist schon mal mein ding kaputt ja wie viel kostet überhaupt das nächste das weiß ich grad überhaupt nicht mal gucken so das nächste kostet 6000 ich habe 1200 weiter ich mache mal dieser liste dazu die interessiert uns so oder so nicht ich glaube wir kommen immer weiter doch doch nein ich ging ein stein nimm die rampe mit komm natürlich nimmt das wieder nicht mit oh mein gott ja ich habe den baum ganz leicht berührt und ich falle auseinander müssen eigentlich nur hier bleiben und ganze close drücken das sieht auch richtig komisch aus was ist das überhaupt ich habe gar keinen plan ich rutsche so krass ja vorbei ja das habe ich überlebt ne beim baum habe ich ihn ganz leicht berührt und komplett weg das ist ja doch ein witz das habe ich jetzt ja jetzt habe ich gar nichts kassiert und jetzt auch grad nichts ja ich habe ein stein ganz ganz leicht mitgenommen hinten der ist komplett kaputt gegangen mein ding und in der doppel kommt morgen das double double boost also eigentlich spring sale week also müsst direkt adopt me äh spielen und so viel bugs sammeln wie es geht und ja nach dem spring sale müsste glaube ich dass monkey fairground am nächsten tag kommt aber es kann auch sein dass es gar nicht kommt das finde ich dann ziemlich blöd aber man hat ja schon im trade die monkeys gesehen das heißt die müssen kommen wenn sie nicht kommen lügt er doch mehr äh leute an und das ist nicht geil so warte was ist die höchstgeschwindigkeit 50 60 70 80 90 100 110 120 150 ok jetzt sind wir wieder langsamer ok jetzt sind wir wieder langsamer 160 170 war grad 180 ok jetzt sind wir wieder dagegen geknallt so so aber man kann dadurch nicht den stein ja ich habe den stein nicht mehr berührt wow wir kommen auf jeden fall sehr sehr weit wow 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 oh mein gott ah 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 ui 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 hier ist man sehr langsam, nein, nicht gegen den Baum, zum Glück, okay, auf jeden Fall ein Dorf, wir bleiben die ganze Zeit stecken, wir sind bei 3500 Distance, 3600, 3700, 3800, komm, schaffen wir noch die 4000, ja, locker, wir könnten sogar 5000 vielleicht schaffen, aber ich glaube, ne, never, nein, wir schaffen es wirklich, hä, wie weit geht denn das da noch, also so viel Lack muss man auch haben, wow, 400 waren wir gerade schnell, da geht es ja noch richtig weit, ja, Moin, Distance, 9000, 2000 verdient, ja, auf jeden Fall sehr krass, oh mein Gott, oh, 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 ah, 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 ich komme schon wieder so weiter, oh mein Gott, bin ich gegen den Baum geknallt, oh, oh, mein Gott, alter, das war gerade schon sehr krass, wow, komm, ich will doch einmal über die Rampe, aber es wird dann irgend so sowas zum runterfahren geben, wo man auch lenken kann, das ist gut, da kommt man sicher über 20.000, was, wo bin ich denn jetzt reingefallen, ja gut, umso besser, wir können nirgends crashen, aber ich glaube, der Tunnel lernt es aus, hä, übel OP, ah, oh nein, nicht gegen den Baum, es ist immer halt so eine spannende Sache, ob man gegen den Baum knallt oder nicht, und ab 6000 können wir uns das nächste kaufen, was eigentlich richtig teuer ist, Brokkoli fehlts, ja, moin, 600 nur, ok, 1100 fehlen uns noch, wow, ah, ja, da geht ja alles kaputt, ich glaube, das ist sogar Plastik, wow, nee, wir fallen nicht mehr rein, das wäre so geil, wenn man wieder rein, weil da kann man richtig sammeln, 122, also es ist sehr, sehr wenig auf jeden Fall, und warum steht da mal zwei, wenn man nicht mal zwei bekommt, ach so, wenn man es kauft, dann steht das dort, fünf Minuten oder so, wow, oh, 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 oh Zum Glück. Okay, da können wir ein bisschen Speed sammeln. 100. 110. 120. 130. 140. Okay, jetzt sind wir wieder langsamer. Wir sind wieder bei Distanz 2000. Man muss halt gar nichts drücken. Das ist so geil. Am Orid-Patrouille können wir mal ein anderes Mal, wenn halt... Warte, geht jetzt meine Maus. Ja, meine Maus geht wieder. Okay. Lass diese Runde fahren und dann... Gehen wir in Amorid-Patrouille. Ja, wir können uns das Neue kaufen, aber ein Test will ich mit dem Neuen machen, weil ich hätte mir nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Das hier kostet so viel. Alter, ich habe ein Schneemobil... Okay, ich habe keine Reifen mehr. Ah nee, das hat ja auch keine Reifen. Aber irgendwas ist da gerade abgefallen. Ja, das kommt ja nicht mal ansatzweise weit. Ja, mein. Okay. Jetzt können wir Amorid-Patrouille spielen. So, jetzt ist endlich Zeit. Also das Video wird länger dauern, als wie geplant. Weil... Vorher habe ich es noch getestet, Amorid-Patrouille. Da ist meine Maus gegangen, wie ich gestartet habe. Ist nicht mehr gegangen, die Maus. Okay. Gut, gehen wir wieder Team Blau. Und meine Teile fliegen unter die Map. So. Okay, wir können uns eigentlich eh nichts anderes kaufen. Dann, sagen wir mal, fahren wir mit dem Panzer. Also wir fliegen. Ah, meine Maus, die geht gerade irgendwie doch noch nicht so. Ah. Ah, jetzt. Nee. Ey. Auf jeden Fall Mini-Panzer. Leichter Panzer. Ja, okay. Aber ist mir auch egal. Da kommt ein Helikopter. Boom. Ja, getroffen. Wir gehen gerade so auf dem Panzer. Attackieren! Komm! Zack! Oh. Der Höhenwinkel ist zu tief. Zack! Wow. Zack! Oh. Der war ein sauberer Treffer. Wo ist denn der Helikopter? Wo ist denn der Helikopter? Wo ist er? Ich will ihn runter schießen. Nur ich sehe ihn leider nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Es ist so dunkel. Äh. Ach, da oben. Aber der Mini-Panzer, der hält es echt aus. Ohohohohoho. Alter. Alter. Bamm. Bamm. Nein, ich hätte sogar noch das Wrack, was da runter fliegt, getroffen. Haben wir hier kein Licht? M kann man auch fahren. Ja, Mann. Die haben ja alles eingenommen. Okay. Eieiei. Da sind viele Panzer. Zack! Ah. Ich bin auch Mini. Ah. Zack. Au. Mann. Warum hilft mir denn keiner? Zack. Ja, genau. Er hat mich ausgespaltet. Was könnten wir noch fahren? Oh. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir fahren... Wie ist denn dieser Panzer? Uuuuh. Uuuuh. Oh mein Gott. Ah. Da oben sehe ich schon Heli. Oh. Da oben sehe ich schon Heli. Der schießt hoch. Oh. Der schießt hoch. Kann der bis ganz nach oben? Ah. Nee. Aber der schießt hoch. Oh. Helikopter stößt schon ab. Zack. Oh. Die prallen schon so früh ab. Alpha wurde noch kein einziges Mal reingenommen. Okay. Weil es noch grün ist. Müssen dahin. Die brauchen Verstärkung. Mann. Aber wenn dieser Panzer nicht so langsam wäre. Aber eigentlich kommen wir nicht mehr zu unserem richtigen Projekt. Also Rise of Nation. Spanien versus Frankreich. Dann kommt halt noch Russland gegen Japan. Da haben wir dann 5 Minuten Zeit uns alles zu holen. Und dann beginnen wir halt ein Battle. Wer halt keine Truppen mehr hat, der hat verloren. Zack. Zack. Den knall ich aber mal ab. Zack. Puh. Ich hab mich überschlagen. Hab ich ne Kiste drin? Oh ja. Eine. Wow. Hilft mir echt was, ne? Zack. Oh. Ich hab nicht getroffen. Hä? Wieso triff ich nicht? Ah. Schießt auf den Panzer. Puh. Oh mein Gott. Puh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab fast gar keine Reifen mehr. Attacke. Oh mein Gott. Ey. Ey. Ja. Ich kann mich aber auch nicht bewegen. Das finde ich richtig. Farche. Ja gut. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst unbedingt ein Like da und Abo da. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Technischeigo